Oh fuck, verdammt nochmal, okay, okay, verdammt nochmal, ups, scheiße. Willkommen bei diesem kleinen Einflussvideo, folgendes, ich war in Oslo und hab dort ein bisschen herumgefilmt, ein paar Selenswürdigkeiten angeschaut und immer wieder auch ein bisschen erklärt, was ich jetzt als nächstes mach mit der Kamera und da hab ich manchmal sogar, obwohl ich eben alleine gereist bin, hab ich oft wir gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hab ich mich einfach ein bisschen einsam gefühlt und hab das so unterbewusst gemacht. Jedenfalls kommen jetzt einige Videos auf Leute zu, die diesen Kanal irgendwie verfolgen und zwar eben das erste Video nach diesem Video kommt ein großes Highlights-Video, wo ich einfach mit ein bisschen überspielter Musik und wenig Gerede einen Überblick über meinen Oslo-Trip verschaffe. Dann kommen die Tage einzeln mit meinem Commentary, wo ich eben irgendwie so Guten Morgen sag und halt, ihr könnt genau sehen, was ich an welchem Tag gemacht hab. Und noch etwas ganz Neues und zwar möchte ich eine neue Serie machen, diese Serie heißt Andy Talks und zwar möchte ich euch ermutigen, zurückzugehen und ein paar meine alten Videos anzuschauen und einfach in die Kommentare Fragen zu stellen und zwar zu Szenen, wo es vielleicht noch eine kleine Hintergrundgeschichte gibt, die euch vielleicht interessiert. So, ich weiß, bei den Spanien-Videos gibt's oft nur so kurze Szenen und vielleicht könntet ihr fragen, was war mit diesen Leuten, die du da gefilmt hast oder so irgendwas. Und dann kann ich noch ein einzelnes Video machen, wo ich auf diese Fragen eingehe und eben noch ein bisschen mehr Kontext erzähle. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee für eine Serie, damit ich nicht nur hochladen kann, wenn ich reise, sondern auch einfach mal so, wenn ich eine Zeit lang nicht reise, dass ihr ein bisschen was zum Anschauen habt. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Anschauen von diesem Video und viel Spaß bei den Videos aus Oslo.